Schnell und einfach an bestimmte Infos kommen? Mit dem eCampus ist das kein Problem. Das ist ein geschützter Bereich unserer Website, nur für euch Studis, wo wir euch Dinge zusammengestellt haben, die wichtig sind. Einfach anmelden und Software, Dokumente und andere Infos downloaden. Schaut auch gerne mal unter Upgrade und in die Bereiche eurer Fakultät. Das lohnt sich nämlich.